So, schönen guten Morgen. Wie gewonnen, so zerrunden. So könnte man den gestrigen Handelstag zusammenfassen. Zuerst die Börsen noch gut aufgelegt. Die Reaktion auf den Notenbankentscheid am Tag zuvor bzw. am Abend zuvor. Aber dann überwogen letztendlich wieder die Sorgen vor einer steigenden Inflation, vor steigenden Zinsen. Das hat den Technologiesektor doch ordentlich belastet und zu kräftigen Verlusten geführt. Und so sind die Indizes gestern im Roten rausgegangen. Und jetzt schauen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimke. Tja, dir erstmal einen schönen guten Morgen. Aber die Vorgaben nicht nur von der Wall Street, sondern auch heute Morgen aus Asien. Es sieht danach aus, dass wir ebenfalls einen ordentlichen Rücksetzer erleben. Ja, in der Tat von Seiten der Vorgaben ist es nicht ganz so rosig quasi. Erst einmal aber einen schönen guten Morgen. Oder habe ich das? Egal. Okay, also, hallo. Und Nikkei im Minus mit 1,8%. Hang Seng Shanghai Composite rund 1% im negativen Bereich. Und ja, zunächst einmal war ja einiges an Euphorie angesagt nach der US-Notenbankentscheidung. Fett, da hat man gesagt, ja, das geht und ja, auch schneller. Aber es ist jetzt Klarheit im Markt und man hat eine gewisse Sicherheit. Dann gab es ja aber noch weitere Notenbank-Sitzungen. Bank of England, China, EZB und Bank of Japan. Und das ist jetzt dann letztlich irgendwie, jeder macht sein eigenes. Und das ist so ein bisschen ein Flickenteppich. Und es bringt eben doch auch wieder Unsicherheit in die Märkte. Denn ja, alle sehen das Problem höhere Inflation. Jeder geht es aber irgendwie ein bisschen anders an. Und somit hat man eben dann auch schon wieder so ein bisschen Ernüchterung und wieder Unsicherheit an den Märkten gespürt. Nachdem der DAX gestern ja im Handelsverlauf schon mal fast dran war an der 15.800-Punkte-Marke. Ja, ich weiß, meckern auf hohem Niveau ist er nur noch mit einem Plus von einem Prozent gestern hier aus dem Handel gegangen. Und heute werden wir wohl tatsächlich auch im roten Bereich hier starten. Rund ein halbes Prozent schwächer erwarten wir den DAX. Und das bedeutet, die 200-Tage-Linie, die ist wieder hart hier umkämpft. Und letztlich steht auch ein Wochengewinn auf der Kippe. Denn auch auf Wochensicht gesehen sind wir da rund um dieses Plus-Minus-Null-Niveau. Also heute ist der entscheidende Tag. Und es könnte noch turbulent werden, denn es ist ja heute auch noch zusätzlich großer Verfall. Also es steht ein bisschen was auf der Agenda. Ob das alles so ganz glücklich und freundlich wird, bleibt abzuwarten. Aber ja, nehmen wir es so. Genau, aber ja. Und für dich ist es ja heute der letzte Tag im alten Jahr. Und wir sehen uns dann praktisch erst im neuen Jahr wieder. Dann wünsche ich mal tolle Weihnachten, ruhige Weihnachten, einen tollen Jahreswechsel. Komm gut rüber und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Das gebe ich genauso zurück. Das ist lieb. Dankeschön. So, ja, schauen wir es uns an. Also, die US-Börsen gestern unter Druck geraten. Der Dow Jones und so im Tagesverlauf hat er immer mehr abgebröckelt. Vor allen Dingen auf der Rückseite gewesen. Die Technologiewerte, das Ganze, wenn Sie sich den Nasdaq anschauen, da ging es gestern richtig zur Sache. Zweieinhalb Prozent sind die Aktien da ins Minus gelaufen. Heute Morgen die Vorgaben aus Asien ebenfalls trüb, um es vorsichtig auszudrücken. Mal schauen, wie das dann so kurz vor Weihnachten sich noch ausspielen wird. Auf der anderen Seite ist Gold dafür wieder ein wenig angesprungen über die Marke von 1.800 Dollar je Unze gelaufen. Mal schauen, ob wir hier tatsächlich die 200-Tage-Linie mal etwas kräftiger massieren können und vielleicht auch drüber laufen können, sodass wir uns wieder in den Bereich hier vorarbeiten, den wir im November schon gesehen hatten. Damals war es ja ebenfalls so ein bisschen die Inflationssorge, die da für den Kursauftrieb gesorgt hatte. Aber es scheint momentan die Asset-Klasse zu sein, in die ein wenig Geld reinfließt. Wir haben uns heute Morgen tatsächlich mal versucht, das große Bild zu machen. Das ist ja Dow Jones, das sind die Mover und Sie sehen es, eigentlich kann man hier unten ansetzen, die größten drei Verlierer im Dow Jones, Apple, Microsoft und Salesforce. Und Franzi hat es ja gerade gesagt, das ist natürlich jammern auf hohem Niveau. Apple kommt von Allzeithoch, Microsoft in der Nähe Allzeithoch. Gut, bei Salesforce, da ist das Allzeithoch noch entfernt. Die hatten zuletzt mal einen ordentlichen Rücksetzer erlebt, aber zusammen, sehen Sie, waren das alleine schon so um die 150, 155 Punkte, die es hier nach unten gegangen ist. Das ist nur mit diesen drei Werten und das erklärt, weshalb gestern dann auch der Dow nicht mehr aus dem Quark gekommen ist. Auf der Rückseite eher Dinge, die man ja als konservativ betrachten würde. Verizon als Telekommunikationsanbieter. Goldman Sachs haben sie mit dabei, dass die natürlich momentan eher so auf der Welle nach oben getragen werden. Auch verständlich, in einem steigenden Zinsumfeld verdienen die Banken ganz einfach Geld. Dasselbe Spiel sehen wir praktisch hier im S&P 500. Wir sehen vor allen Dingen, es war jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn wir uns anschauen, das Verhältnis Gewinner-Verlierer war tatsächlich mehr oder weniger ausgeglichen. Und es war natürlich auch ein großer Wert dabei, der gestern hier tatsächlich dann so für die Schlagzeilen, für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Das war Adobe, dazu kommen wir gleich. Aber auch hier sehen wir bei den Gewinnern eher das, was wir schon im Dow gesehen hatten. Nämlich so ein gewisser Wechsel rein in Werte, die jetzt besser ins Umfeld passen und natürlich auch konservativ sind. In dem Fall eben AT&T, Pfizer ist weiterhin vorne mit dabei. Auch das keine große Überraschung. Der Wert ohnehin sehr stark gewesen in den vergangenen Wochen. Adobe, tja, die haben einen Ausblick gegeben für ihr erstes Quartal. Das endet im kommenden Februar. Und ja, der Ausblick an sich für die kommenden drei Monate war jetzt, was die absoluten Zahlen betrifft, nicht so dramatisch. Man erwartet einen Umsatz von, ich glaube es waren 4 Milliarden, knapp über 4 Milliarden Dollar. Genau, 4,23 Milliarden Dollar. Und prognostiziert waren 4,35 Milliarden. Auch beim Gewinn liegt man dann schnappst runter. Aber das Gesamtjahr, da sieht man es dann schon etwas deutlicher, dass sich Adobe hier zurücknimmt. Das wird unter anderem mit dem stärkeren Wettbewerb ganz einfach auch erklärt. Und die Aktien daraufhin gestern massiv unter Druck geraten. Sie sehen es. Und wenn dann diese ganz großen Unternehmen natürlich unter Druck geraten und abkippen, dann können sich da auch die vielen Kleinwerte nicht dagegen stemmen. Also das ist bei Adobe gewesen, jetzt die 200-Tage-Linie noch nach unten verlassen. Das ist natürlich auch kein so tolles Zeichen. Also da hat schon gestern einiges wieder gepasst. Nvidia minus 7 Prozent. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Tageskerze anschaut, dann sieht man, Mensch, die waren doch aber eigentlich zuvor noch im Plus. Und vor allen Dingen am Abend zuvor ging es ja bei Nvidia wie angestochen nach oben, nach dem Notenbankentscheid, aber jetzt gestern eben die Rolle rückwärts, die wir gesehen haben und wieder raus aus der Technologie und rein in andere Werte. Beim DAX, Franzi hat es gerade gesagt, es wird nochmal eine Schippe nach unten draufgegeben werden. Damit kommt die 200-Tage-Linie hier wieder in den Blick. Und ein paar Werte, die sicherlich ganz interessant sind, wenn wir uns den gestrigen Tag anschauen. Es war Airbus mit den guten Nachrichten. Dazu sind dann weitere gute Nachrichten gekommen. Der Konzern hat nämlich einen weiteren Auftrag bekommen. Und auf der Rückseite auch hier eher spekulative Werte. Wenn wir uns HelloFresh anschauen, wenn wir uns Delivery Hero anschauen, das sind die Werte, die momentan eben aus den Depots rausgeräumt werden. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen in Richtung, was ist denn seit Quartalsbeginn, wir sind im vierten Quartal, was ist seit Quartalsbeginn gut gelaufen, dann finden wir durchaus die Werte, die wir hier auch erwarten würden. Linde profitiert momentan natürlich von den gestiegenen Rohstoffpreisen. Die Nachfrage unter anderem Wasserstoff, sicherlich einer der Gewinner der Zukunft. Daimler war mit dabei vor der Abspaltung von Daimler Truck, was wir gesehen hatten. Ja, und ansonsten da keine großen Überraschungen. Airbus gestern mit einer weiteren positiven Meldung. Also eigentlich hat man dem großen Konkurrenten Boeing nur erneut ins Kreuz getreten. KLA, also Air France, die haben letztendlich einen Großauftrag platziert. 100 Flugzeuge, darunter der A320neo, der eingekauft werden soll, 100 Maschinen. Und wie gesagt, Boeing ist leer ausgegangen. Das hat sicherlich jetzt nicht mit den jüngsten Nachrichten zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich da in den Vorstandsetagen hinsetzt und sich das tagesaktuell anschaut. Aber es ist natürlich die Entwicklung, die wir in den vergangenen Monaten, man muss ja eigentlich schon sagen Jahren, seit den Unfällen bei Boeing gesehen hat. Und das ist die Entwicklung und damit sind auch ganz einfach die Kunden der Unternehmen dann unzufrieden und sagen, okay, dann müssen wir halt mal was Neues probieren. In dem Fall, wie gesagt, der große Profiteur momentan, so sieht es aus, ist Airbus. S&T, da gab es eine Short-Attacke, ein IT-Dienstleister aus Linz. Da hat ein Hedgefonds sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, tja, da gibt es offensichtlich Probleme in der Bilanz. Tochtergesellschaften, die außer bilanziell irgendwie untergebracht werden, um Betrug zu verschleiern. Deshalb die Aktie gestern der größte Tagesverlierer hier gewesen. Zeitweise ging es da wirklich um deutlich mehr als 30 Prozent in die Tiefe. Das Management, erst mal hat man natürlich versucht, hier so die Wogen zu glätten. Der Vorstandschef hat auch eigene Aktien gekauft und jetzt will man die ganze Sache prüfen. Man braucht dafür ein wenig Zeit, um auf die Vorwürfe reagieren zu können. Aber nach wie vor zeigt es natürlich, wenn die Short-Steller kommen und wenn sie dann mit Macht sich hinstellen, sagen, wir sind Short gegangen, hier gibt es Betrug, dann flattern sofort die Nerven, dann liegen sofort die Nerven blank, weil wir natürlich auch uns alle daran erinnern, Wirecard, wie sie alle heißen, die ja da am Ende, wo dann tatsächlich nicht nur Rauch gewesen ist, sondern da war dann auch schon ein veritables Feuer. So, jetzt schauen wir mal, wie der Markt sich so in den kommenden Stunden entwickeln wird. Wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit, dann am Nachmittag um 14.40 Uhr mit der US-Vorbörse, ob da hier tatsächlich sich dieser Trend hin zu Qualität, hin zu den Werten, die das besser im aktuellen Umfeld eben verarbeiten können, weiter fortsetzen wird. Wir sehen uns dann auf jeden Fall und bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.